Äh, der Brunnen in der Urt. Ich war wieder zu langsam. Ich bin der Brunnen in der Urt. 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 Das war's für heute. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Es geht nicht so, dass bei Auge frei ist. Wir wählen uns ja. Notice das vielleicht nicht mehr so, dass wir nicht mehr seien wir auch nicht mehr finden können. Vielen Dank. Das stimmt! In web. Ausführungszeichen. 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 Kuh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gagarensis hat Welle errichtet, um alle Zugänge zu diesen Bergen zu blockieren. Hier ist errichtet, um alle Zugänge zu den Bergen zu holen. Zombie. Ja. 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 Ja, es geht an, er ist es nicht ein Einzelne. Ja, es geht an. Wacht, wer ist das? Ich wollte es nicht mehr. Ja. Sie? 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 Sie ist in die Schilder. Sie? 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 Das war's für heute. Zambi! Skip han! Skip han! Zambi! 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 Defend Shape! uder nadelait Zambi! 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 No! Hver er það, Samþyggt? Hver er það, Samþyggt? Samþyggt? Samþyggt Samþyggt? Samþyggt? Oh Tilbuin? Hvað er það? Hver er það? Skip hann? Skip hann? Tilbúin? Skip hann? Skip hann? Skip hann? Ja, tilbúin? Tilbúin? Já, hver er það? Satt Jetzt bin ich so gut, es ist etwas zu tun. Je ne es bin so gut. Ich bin so gut, es ist ein anderes Ding. Ich bin so gut, ich bin so gut. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja, ja. Ja, sagt ja. Skippa saft, 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 ihm zu schwein. Tilbúin ja, sagt. Ja, skipan, ihm zu schwein. Skipan. Ja, Samthygd. Ja, Samthygd. Ski, Samthygd. Ski, Samthygd. Ég vil sat. Ja, Samthygd. Skip ham. Ja, Samthygd. Ski, 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 Samthygd. Gefahr! F 그만 im Sturland! そ一切 von Gerville! Heim! Okay! Skipper? Ja, ja. Hvera? qualquer BG-Kiss das? Ein absoluter. Der die ich? Gammuir! oh fuck ich war gemutet ich weiß nicht wie lange ich fange das szenario aus aber nicht nochmal neu an ganz ehrlich ihr müsst damit leben weiß gar nicht warum ich mich nicht immer wieder da vielleicht bin ich auch versehentlich wieder drauf gekommen ist natürlich sehr unlucky von mir oder für mich da oben kann man sich schon wieder so rum kommen die mit ihren einherieren man weiß schon der match zum brunnen die rammen angriff auf das dorf zentrum jetzt ziehen sie ihre leute wieder zurück kommen wir tecken noch auf da kommen wir gehen hier wieder weil da doch wir nehmen fall wir dürfen natürlich die die gunst nicht verschwenden ganz ist ein dorf zentrum verloren ist und greifen jetzt alle erstmal die lang häuser an damit da keine boys mehr rauskommen reißt die tore ein reißt die tore nieder wir werden die balken des kapitalismus zum einsturz bringen bevor ihr fragt ist ein zitat aus spongebob jetzt gehen wir da drüben drauf dann greift hat den turm an die können nicht aufhören den gegnern zu folgen ach Mist ich hab nicht genug nahrung dafür ne mach ich einfach ballisten wenn man wisse ihr müsst immer ihr müsst immer eins wissen ne wenn ihr nicht genug nahrung für irgendwas habt dann macht ihr einfach ballisten und dann geht es der feld wieder gut wir regeln hier einfach alle probleme mit ballisten und wir helfen mal denen da drüben ja genau ich mach den erstmal passiert der kann der panzer ich versuche sich jetzt erstmal durch zu wursteln zu dem tempel dann ist der tempel erstmal schon mal dauernd Und dann mach ich da oben den Marktplatzplatz, warum auch immer. Ich weiß, die Huskars krieg ich weg, wenn ich hier die Bergfestung kaputt mache, aber oh. Das Auge des Horus. Ja, kriegt jetzt auch nichts mehr. Ehrlich gesagt. Auch da sind meine Rammeln. Warum greifen die da nicht das Tor an? Da drüben ist doch schön kaputt. Oh, egal. Ich hinterfrag's nicht. BAM! Fallfestung, Fall! Ja, da drüben ist ja ein Brückenkopf, den ich nicht erreichen kann. Irgendeiner muss ja jetzt mal anfangen, da oben anzugreifen, ne? Mit dem... Mit dem Raben. The Raven ahead! Los, nach oben! Was ist mein Ziel eingestellt werden, dann wird das Tor beim Brunnen, okay. Ja, die Schlagen ist einfach mal da die Mauern ein. Der wird unsere Sperre lenken, bereitet den Schniedel vor. Ich habe gerade verstanden, bereitet den Schniedel vor. Was? Ja, Kargarenz ist schon unten reingegangen. Ich bin euch bis hierher gefolgt, Kargarenzis. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Komm, wir machen jetzt mal die blöden Türme kaputt. Die gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Die greifen wir den einherjahren. Weil es so lustig ist. Wenn ihr euch fragt, Oh, warum machst du das jetzt? Wir haben eh gleich gewonnen, also. Wenn schon, denn schon. Ich kann ja die Zauberer auch mal benutzen. Der Tempel brennt da gleich mit. Wenn nicht, wenn sie die mythischen Soldaten jetzt im Grunde den Brunnen der Urt verteidigen. Das ist natürlich sehr schwierig. Die Feuerriesen. Die haben gewonnen. Yeah! Boah, ich weiß nicht, ob das Szenario ist. Dann wird, glaube ich, mal schlimm, ne? Lasst euch durch das Aussehen nicht täuschen. Durch diesen Brunnen gelangen wir nach Neffelheim. Ihr geht zuerst, Kargarenz. Wenn ihr schreiend eurem Tod entgegenstürzt, bleiben wir hier. Wenn ihr euch entschieden habt, wer als Erster geht, werde ich bereits unten warten. Wenn ihr schreiend eurem Tod entgegenstürzt. Was? Wusste nicht, dass Ajax ein Problem mit Chiron hat, hä? What the fuck? Die Frau? Was? Was? Wir haben über die Liebe. Was?